Jo Leute, damit herzlichst willkommen zu meinem Video. Mein Plan heute ist, dass wir Kühe finden, auf jeden Fall ein paar, für den 30er Enchanter. Und ich werde jetzt hier direkt erstmal ein paar Gerüstblöcke abbauen, beziehungsweise ein paar bisschen Bambus-Fühlgerüstblöcke. Und wenn wir Kühe gefunden haben sollten und genügend Zeug haben für den Enchanter, werde ich mich noch ransetzen und wahrscheinlich da drüben, und meine Achse ist einfach komplett gegangen, da drüben unseren Wald abbauen, um den woanders neu zu pflanzen. So, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich werde versuchen hier in meinem Biom zu bleiben, weil ich hier spawnen definitiv irgendwo Kühe, und wenn ich so richtig viel Glück habe, kriegen wir es hin, und dafür wäre ich ganz kurz nochmal zurück dran und mir mal ein bisschen beizuholen, wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir es dann noch hin, dass wir zwei Kühe fangen können, und das wäre natürlich dann der ultimative Jackpot, so zwei Kühe zu fangen. Ich habe immer auch gehofft, dass da oben irgendwann Kühe spawnen bei unserem Home, aber da ist ja nie eine Kuh gespawnt, nie. Ich habe da noch keine Kuh getötet, so richtig, aber hier, hier, ich habe die Hoffnung, dass ich hier einfach gleich ein paar Kühe sehe, und die ich jetzt nicht tausend Jahre lang suchen muss, so wie eigentlich immer. Da drüben muss es doch irgendwo Kühe geben. Liebe Kühe, bitte, bitte lass da drüben einfach Kühe sein. Das Ding ist, Leute, ich war ja in den letzten Folgen, oder in den vorletzten Folgen, auch ein bisschen unterwegs, und war so ein bisschen erkunden, und oh, hier sind diese Beeren, die kann man gut gebrauchen. Die Beeren für Füchse, glaube ich, sind die. Auf jeden Fall war ich ja unterwegs, und ich habe ja immer ewig gebraucht, bis ich irgendwie das gefunden habe, was ich gesucht habe, und bin ja auch einmal schon zum ersten Mal in diesem Projekt gestorben, was ich nicht gerne erwähne, da bin ich echt nicht stolz drauf. Liebe Kühe, könnt ihr mich hören? Da unten sind sogar Schweinchen, aber keine Küchen. Ich liebe diese Building Blocks. Einfach wundervoll, die Dinger. Ich glaube, die machen das Leben richtig einfach, vor allem hier in dem zerklüfteten Biom. Wir haben schon wieder mit der maximalen Bauhöhe zu kämpfen. Ich fasse es nicht. Oh, da ist ein Enderman. Mit dem lege ich mich direkt mal an. Na? Oh! Der macht ja richtig Damage. Der macht ja richtig Damage. Was habe ich mir gedacht? Ich habe nur eine Lederrüstung. Oh nein, bitte töte mich nicht. Oh nein! Ja! Ja, okay, Abfahrt. Tschüss. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie ich gezittert habe? Ich habe wirklich gedacht, ich bin schon wieder tot. So, tschüss. Diese Building Blocks sind so heftig. Ich liebe diese Gerüste. Das ist doch... Da kommen auch keine Mobs oder so hinterher, ne? Die kommen da nicht hoch. Sehr geil. Leute, unser Garten leidet an der maximalen Bauhöhe. Ich fasse es nicht. Oh, das sieht so doof aus, wenn... Oh nee, das sieht so doof aus. Das sieht so doof aus, wenn... Die maximale Bauhöhe. Oh nee, das... Das ist schon wieder gerade richtig blöd. Oh, diese Maxi. Das stört mich schon wieder richtig, ne? Warum habe ich hier oben angefangen zu bauen? Später reißen wir das irgendwann alles ab, außer das Haus da hinten. Und machen hier was richtig Schönes draus. Das Ding ist nur zwei Kühe, die ich wenigstens einzwingen kann. Und ich bin zufrieden. Leute, kennt ihr das? Wenn ihr... Wenn ihr... So... Ihr findet es manchmal einfach so. Einfach so nebenbei. Aber wenn... Wenn ihr es wirklich braucht und danach sucht, findet ihr es nie. Ihr findet es einfach nie. Da oben. Da, da, da. Ja, da oben sind Kühe. Oh Mann. Ja, ja, da oben. Oh, warum denn da oben? Oh ja, endlich. Kühe, ich komme. Und... Na toll. Äh. Kühe. Ich brauche Kühe. Ähm, ich werde direkt mal einen Weg so bauen, dass wir die Kühe auch ordentlich runterbekommen. Kühe. Kühe, wo seid ihr? Ja. Hallo, Freunde. Hallo. Guten Tag. Bitte sag mir, hier ist auch irgendwo noch eine zweite Kuh. Ja, da drüben. Oh ja, zum Glück. Zum Glück. Kann ich sie... Kann ich hier nicht theoretisch einfach Wasser runter machen und die da runterschubsen? So. Jetzt rein vom theoretischen her. Ich will sie jetzt auch nicht töten, Alter. Oh Mann. Das Wasser muss halt relativ gut fließen wenigstens, damit die Kühe eine kleine Chance wenigstens haben zu überleben. Genau. Und jetzt geh mal, ne? Da. Ja, es tut mir leid, dass ich sie so hin und her schiebe, liebe Kuh. Geh mal da runter. Aber Vorsicht. Vorsicht. Nein, Kuh, 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 Kuh. Nee. Nee. Ich hätte sie gar nicht versuchen sollen runterzubringen. Ich hätte sie einfach hier oben lassen sollen. Wow. Toll, jetzt haben wir eine Kuh. Du musst versuchen, geradeaus einfach, okay? Du schaffst das. Ich glaube an dich. Okay. Einfach geradeaus. Jetzt. Ja, ja, ja. Ich werde nie wieder versuchen, wenn ich Kühe hier irgendwo finde, werde ich nie wieder versuchen, irgendwie diese Kühe zu mir nach Hause zu bringen. Ist jetzt nicht gerade wirklich passiert, oder? Dass die beide einfach gestorben sind, weil sie es nicht geschafft haben, im Wasser zu bleiben. Och Mann, Alter. Ich wollte doch... Ich brauche doch nur ein paar Kühe. Nur so ein bisschen Kühe, bitte. Bitte gib mir so ein paar, nur so ein ganz klein wenig. So zwei Stück nochmal, die irgendwo hier stehen, bitte. Kühe spawnen in der gesamten Oberwelt auf zwei Grasblöcken, mit je zwei freien Blöcken darüber bei einem Lichtlevel von mindestens neun. Dabei entstehen Gruppen von bis zu vier Tieren. Okay, Leute. Heißt, ich gehe jetzt ins Bett, weil dann spawnen die Kühe erst bei Nacht, spawnen die überhaupt nicht. Und dann gehe ich in das Gebiet, wo die Grasblöcke frei sind und nicht mit Schnee beschichtet. Ich bin mir jetzt nicht sicher... Cool, hallo. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Schnee da wirklich was ausmacht oder nicht. Aber trotz dessen wäre es halt einfach schlauer, das so zu machen, denke ich. Ich werde mich einfach mal nach da unten begeben. Weil ich glaube, unten ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir irgendwo Kühe spawnen. Oh no. Was? Ich habe gar kein Wasser. Mein Wasser ist weggebackt. Lol. Toll. Ja, Leute. Hi. Tschüss. Ah, ja, moin. Ähm. Ich muss mich mal ganz kurz in Sicherheit bringen. Und ganz kurz abwarten. Das sind mir gerade ein paar viele Mobs. Nein! Okay. Warum sind denn hier so viele Mobs? Oh man. Direkt hier weg, Alter. Aber ganz schnell. Tschüss. So. Alter, verdammt. Hier muss es doch irgendwo Kühe geben. Ich verzweifle gleich. Aber ich verzweifle gleich so richtig. Es kann doch nicht sein, dass in dieser Welt hier so 0,0 Kühe spawnen. Also wirklich, die zwei Kühe, die ich vorhin gesehen habe, waren die einzigen zwei, die ich bisher in 40 Minuten irgendwie gesehen habe. Oder gefunden habe. Alter, verdammt. Hier muss es doch irgendwo Kühe geben. Leute, wir sind jetzt hier an der Position, wo ich sogar schon mal war. Wie man hier sieht an der Werkbank. Ich glaube, hier irgendwo in der Nähe ist auch das Neta-Portal. Und da hinten haben wir das erste Mal Holz gefarmt. Und da ist mir aufgefallen, dass das Stöcker existiere, eine Minekraft. Ist da oben ein Spawner? Nein. Nee. Doch. Was? Nein, das kann doch kein Spawner sein, oder? Doch. Hier ist einfach ein Spawner. Jo. Lol. Was? Als ob... Hä? Mann, ich will doch nur ein paar Kühe finden und kein Spawner. Okay, Leute, die Koordinaten merken wir uns. Hier wird definitiv eine Farbe entstehen. Als ob hier einfach ein Spawner ist. Mann, ich will doch nur ein paar Kühe. Nur so vier Stück. Wir sind einfach... Übrigens, hier war unser Spawn-Point. Wir sind wirklich neben dem Spawner gespawned. Als ob hier jetzt einfach... Mann, ich will doch einfach nur... Einfach nur ein paar Kühe finden. Bitte. Verdammt, das müssen doch hier irgendwo Kühe sein. Ich sag's wahrscheinlich schon für euch zum zehntausendsten Mal hintereinander. Aber für mich sind hier immer so 10, 15 Minuten Abstände zwischen. Wo ich mir einfach nur denke, wie... Wie es sein kann, dass ich... Ich renne schon seit über einer Stunde durch diese Minekraftwelt und suche Kühe. Und habe bisher zwei gefunden, die verreckt sind. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt renne ich hier rum und denke mir so... Ja, cool, Alter. Das Ding ist, jetzt bin ich auch schon so weit weg von zu Hause. Dass ich es niemals schaffen werde, die Kühe nach Hause zu transportieren. Aber ich könnte wenigstens einen kleinen Käfig machen oder so. Wo ich die halt züchte. Und dann halt immer mal wieder hierher komme oder so. Ja! 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 Wow! Oh! Endlich! Hallo, Freunde! Wie geht's euch? Alles gut? Wow! Oh, ja! Oh! Endlich! Kommt her, Freunde! Kommt her! Oh, endlich! Mann, 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 was war das? Was war das für eine Qual? Ich sag's gerade, noch eine Stunde! Eine Stunde sitze ich hier und suche diese Kühe. Und endlich! Endlich! Ich habe auf gar nichts mehr gehofft, ne? Auf gar nichts mehr. Ich habe einfach gedacht, wir gehen hier leer aus jetzt noch die nächsten anderthalb Stunden. Und ich denke mir einfach nur so, ja, was habe ich eigentlich für ein Leben? Aber, Leute, es ist alles gut. Wir haben nämlich die Kühe. Kühe, geht da jetzt bitte rein. Kommt! Nein, du bleibst drin. Ihr müsst mit reinkommen. Genau, kommt. So, super. Toll. Geht da mit rein. So. Die Frage ist, wie wir es machen, dass ich hier immer wieder relativ schnell hinkomme. Klar, später kann man eine Bahn bauen, die einen travelt und so. Aber halt, ne, man muss sie halt irgendwie nach Hause bringen, so. Irgendwie müssen die, irgendwie müssen die zu mir nach Hause. Mein Zuhause ist direkt da. Also direkt hier einfach eigentlich durch. Man könnte locker eine Bahn bauen oder sowas. Aber eine Bahn kostet halt auch wieder alles Eisen und dann Gold noch wegen den Antriebsschienen, die man ja braucht und sowas. Und... Aber fürs Erste merke ich mir die Koordinaten. Und würde sagen, Mission completed. Beim nächsten Mal bringe ich noch ein bisschen mehr Weizen mit hierher. Und baue vielleicht direkt im Anschluss die Bahn oder bringe irgendwie die Kühe mit zu mir nach Hause. Oder irgendwie finden wir da schon eine Lösung. Aber erstmal sind sie hier und das ist gut. Euch werde ich jetzt voranzüchten, dass ich sie einfach einmal töten kann. Und dann wirklich genügend habe, dass wir den 30er Inchunter machen können. Alter, was war das für eine Qual. Leute, ich hoffe trotzdem, euch hat die kleine, etwas verzweiflungsartige, erfolgsreiche Findungsfolge, die wieder voller Erkundung war, gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also morgen wieder. Und bis dann, Leute. Ciao. Ja. Endlich.